Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam diese Woche beginnst und diesen Podcast hörst. Heute mit dem Thema Lass uns nach Traunstein blicken, zur Kreispargasse Traunstein-Trosberg und ich freue mich sehr, dass ich Roger Pavelik gewinnen konnte, der mit mir gemeinsam mal auf die letzten sechs Jahre guckt, das Haus umfangreichen Wandel unterzogen und wir blicken gemeinsam darauf, was man so lesson learned, wie hat er das als Vorstandsvorsitzender initiiert, was gehört dazu, wenn ein erfolgreicher Wandel in einem Finanzinstitut stattfinden soll und von dem her freue ich mich auf ein inspirierendes und schönes Gespräch mit Roger Pavelik. Ja, Pavelik, ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und wir heute gemeinsam in dem Podcast mal so ein bisschen drauf gucken können. Ich habe es am Anfang gesagt, Veränderungen und momentan stellen sich natürlich viele die Fragen, wie initiiert man Veränderungen in einer Sparkasse und von dem her danke, dass Sie heute hier sind. Sehr gerne, ja. Ich freue mich über die Einladung und es ist wieder eine neue Erfahrung, der erste Podcast. Schön, ja. Tut nicht weh, wir werden uns ein schönes Gespräch miteinander machen und das Schöne ist auch, das können die Zuhörerinnen zuhören, die werden es merken an der Tonqualität. Wir können uns auch in die Augen sehen, also wir nehmen den Live auf und können hier uns direkt in die Augen sehen, was auch so ein Gespräch auch mal sehr schön macht. Von dem her auch vielen Dank, dass Sie in meine Podcaststudio gekommen sind und wir gemeinsam das Live aufnehmen können. Ich freue mich drauf. Ich habe es im Intro gesagt, momentan, wie soll ich sagen, beschäftigen sich sehr, sehr viele Institute. Mensch, wie geht es eigentlich weiter? Was macht das mit dem Finanzmarkt? Alles ist in Bewegung rund um den Finanzmarkt und somit natürlich auch die Frage, wie kann es eigentlich gelingen, eine Sparkasse zukunftsgerecht auszurichten? Jetzt sind Sie seit sechs Jahren VV im schönen Traunstein. Alle diejenigen, die nicht aus Bayern kommen, das muss man einfach so sagen, das ist malerisch, weil man mitten in den Bergen ist und dort sind Sie seit sechs Jahren. Und von dem her, holen Sie uns einfach mal rein in die Zeit, wo Sie gestartet sind und die Frage, wie haben Sie es eigentlich gemacht? Wie haben Sie so eine Veränderung initiiert im Haus? Das ist natürlich eine sehr weitgreifende Frage. Was habe ich vorgefunden? Also ich kam aus Norddeutschland, ich hatte allerdings schon eine gewisse bayerische Historie, war aber vorher etwas mehr als fünf Jahre Vorstand einer Genossenschaftsbank in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein. Ich kam dann wieder ins schöne Bayern zurück, was immer mein Wunsch war, nach Traunstein und habe eine Sparkasse vorgefunden, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, in den letzten Jahren sich schon angepasst hat, aber doch eher homeopathisch angepasst hat an die Umfeldbedingungen und sehr stark das Thema Kosten auch getrieben hat. Das heißt, alles, was vielleicht strategisch sinnvoll gewesen wäre, eher doch tendenziell zumindest mal, wenn es nicht zwingend erforderlich war, dann eher in die Zukunft geschoben hat und nicht umgesetzt hat. Das heißt, es war kulturell nicht verankert, sich zu verändern oder schnell zu verändern, sondern doch eher, ich sage jetzt mal, bei dem zu bleiben, was man hatte und was ja auch funktioniert hat die letzten 20, 30 Jahre. Das war ja auch okay, aber die Welt dreht sich und die Welt dreht sich jetzt nicht nur außerhalb Bayerns oder des Chiemgaus, sondern halt auch dort. Und das war sicherlich schon mal einer der Punkte, die ich dort vorgefunden habe, dass dort ein relativ großes Verharrungsvermögen war, das haben wir schon immer so gemacht und warum sollen wir jetzt was ändern? Und das war alles schön gewesen in der Vergangenheit und beschaulich, dass da zumindest nicht überall in der Breite die Erkenntnis dort war, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch im Management, bei den Führungskräften, dass, wie gesagt, die Welt sich schon seit Jahren gedreht hat und man hat es irgendwie ignoriert. Zumindest mal stückweise ignoriert, sage ich mal so und hat sehr stark auch das Kostenthema, wie gesagt, nach vorne geschoben und nicht gesagt, was bringt mir das? Vielleicht auch auf der Zeitschiene, sondern eher den kurzfristigen Erfolg gesehen hat. Und das Gleiche auch in Bezug auf das Kundengeschäft, dass man doch eher sehr restriktiv unterwegs war, sehr formal geprägt war und damit natürlich entsprechende Bearbeitungszeiten so lang waren, dass viele Kunden, so wurde es mir zumindest damals gesagt, so von extern, dann schon von sich aus gesagt haben, dann suche ich mir eine andere Bank, weil augenscheinlich ist man da nicht besonders interessiert, Geschäft zu machen, insbesondere dann, wenn es vielleicht mal ein bisschen komplexer ist. So, das war jetzt mal die Situation und auch das Thema Digitalisierung war jetzt eher rudimentär ausgeprägt. Es wurde noch sehr, sehr viel Papier transportiert und zum Unterschritt vorgelegt. So, und das waren so die ersten Eindrücke und natürlich muss man erstmal so ein bisschen versuchen, die Kultur zu verstehen, zu schauen, wie ticken die Leute, aber es haben sich relativ schnell für mich zumindest Ansatzpunkte, auch aus meinen vorherigen Tätigkeiten, sowohl aus Schleswig-Holstein, aber auch damals aus Bayern. Ich war ja vorher stellvertretend als Vorstandsmitglied in Ebersberg und da waren wir sehr innovativ, sehr schnell und das war ich halt auch gewohnt, Dinge zu verändern, zu optimieren, Prozesse zu optimieren, zu digitalisieren. Und da musste man natürlich jetzt erstmal sozusagen die Dinge identifizieren, wo wir sagen, da können wir relativ schnell auch schon mal Erfolge generieren, die sichtbar sind für die Kolleginnen und Kollegen, um die einfach sukzessive dann mitzunehmen auf diesem Weg. Und natürlich aber auch die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit deutlich machen, dass dieser Weg, wenn man ihn so weiter beschreiten würde, dann auch endlich wäre. Und das beides sozusagen unter einen Hut zu bekommen, das war mal so die erste Aufgabe. Ja, spannend. Vielen Dank, dass Sie uns da auch so reingeholt haben, was Sie vorgefunden haben, weil ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man den Kontext verstehen kann, was eben für ein Institut ist es, in dem man was da neu kommt. Und wenn Sie das so sagen, kann ich mir gut vorstellen, jetzt ist es ja auch eher spannend von Ihrer Historie her, dadurch, dass Sie eben sowohl Sparkassen als auch Genossenschaftsbankerfahrung haben und so beide großen Institutsgruppen kennen und nicht nur kennen, sondern eben da Verantwortung getragen haben in beiden Gruppen. Und jetzt gibt es natürlich auch nochmal, und das gibt es sicherlich nicht nur in Bayern, aber auch besonders in Bayern so der Punkt, dass man ja jetzt nicht besonders darauf wartet, zu sagen, jetzt kommt jemand aus Norddeutschland und hat auch noch Genossenschaftsbankerfahrung und kommt jetzt zu uns und möchte jetzt hier das Haus zukunftsgetreu ausrichten. Da werden sicherlich nicht alle Hurra geschrien haben und gesagt haben, ja, darauf warten wir schon lang, sondern sicherlich auch Widerstände im Haus gewesen zu sein. Wie haben Sie begonnen, da so ein Stück weit für dieses Zukunftsbild auch zu werden und zu beginnen? Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich erstmal natürlich angeschaut, was ist relevant und was sind die Maßnahmen. Können Sie sich noch erinnern, wie so eigentlich für Sie so der Startaspekt war, sozusagen, wie starten wir jetzt eigentlich auf in Richtung Zukunft? Ja, natürlich ist es nicht so, dass man da mit offenen Armen aufgenommen wird, zumindest mal von vielen, insbesondere von denen, die dieses System ja durchaus mitgeprägt haben. Also viele Führungskräfte, die durchaus nicht in der Neuzeit schon waren gedanklich, sondern immer noch natürlich, verständlich, das meine ich auch gar nicht böse, letztlich geprägt wurden natürlich auch durch diese Kultur, die etabliert war. Ja, ich habe allerdings auch relativ früh mitbekommen, dass es Mitarbeiter gibt, die jetzt einfach sehnsüchtig schauen und sagen, jetzt geht mal was. Also ein, ich sage mal, für mich besonderes, sage ich jetzt mal, Ereignis war im Februar, ich bin im Januar gestartet, im Februar hatten wir die erste Personalversammlung. Ich habe da meine Vorstellung skizziert auf der Bühne und ich hatte keine Krawatte an, also für mich eigentlich gar nicht so weltbewegend. Aber das hat also, ich sage mal, große Wellen ausgelöst bis zu irgendwelchen Posts in Social Media Kanälen. Da steht jetzt der neue VV ohne Krawatte, so nach dem Motto, was geht jetzt los? Und das war aber für mich auch schon durchaus dann der Startschuss. Natürlich verändert man dadurch keine Kultur, aber letztlich schon mal so ein Signal, Mensch Leute, da verändert sich was. Und habe dann auch in den Gesprächen danach mitbekommen, dass es viele gibt, die das halt auch aufgenommen haben und gesagt haben, jetzt endlich, ja, jetzt endlich bricht sich mal so ein bisschen die Schicht über mir auf. Weil es gibt oder gab auch schon da viele, die gute Ideen hatten, die motiviert und willens waren, viele jüngere Kolleginnen und Kollegen, die aber einfach nicht gesehen haben, wie kann ich sozusagen diese Vorstellung, diese modernen Vorstellung dann auch umsetzen. Weil es immer wieder an irgendwelchen Dingen gescheitert ist, sei es von der direkten Führungskraft, vom Vorstand, wie auch immer, an Budgets gescheitert ist. Und da hat man dann wirklich mal gemerkt, Mensch, da gibt es ein großes Potenzial derer, die damit wollen. Und das hat mich dann schon mal mutig gestimmt und die habe ich stärker auch in den Vordergrund gerückt. Das heißt, wir haben auch das erste Projekt aufgesetzt und da war es nicht so, wie es vielleicht in der Vergangenheit immer war. Jetzt trommeln wir mal so die obersten Führungskräfte zusammen und die unterhalten sich dann vielleicht noch den Orga-Menschen dazu. Und dann, ich sage mal, gucken die das untereinander aus. Das war so ein bisschen vielleicht Vergangenheit geprägt dort. Ich habe gesagt, nein, ich möchte alle haben. Ich möchte Jung und Alt, ich möchte Azubi, ich möchte gestandene Führungskraft auch haben. Einfach alle dabei, damit jeder aus seiner Perspektive dann auch entsprechend sich einbringen kann und das ein rundes Bild wird. Und natürlich auch das Commitment ein höheres wird und ein besseres wird und ein größeres wird, wenn alle irgendwo so ein bisschen dazu beigetragen haben. Und da hat man dann schon gemerkt, dass das sehr gut angekommen ist. Und das Ganze haben wir dann noch flankiert, als das Projekt dann zu Ende war. Da haben wir auf der Dachterrasse beim Vorstand dann eine kleine Grillparty gemacht, also kein großer Aufwand. Und da habe ich dann auch gesehen, Mensch, das war vorher so ein abgeschotteter Bereich. Das war so ein bisschen ein Sperrgebiet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vorstandsbereich. Und da einfach diese Nähe zum Vorstand, man darf mitreden, man ist mit dabei, man darf da sozusagen auch mal in den Vorstandsbereich reinschnuppern. Das hat für viele dann auch gezeigt, ja Mensch, da kann ich mich einbringen, da kann ich mitwirken. Und klar gab es auch die, die dagegen gewirkt haben, auch Führungskräfte. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich habe da jedem eine Chance gegeben und mache das auch zukünftig. Aber wenn einer natürlich sich verweigert, weil er sagt, ich will nicht, ich will auf diesem Weg nicht mitgehen. Denn auch nachdem man ihn versucht hat, dann auch zu überzeugen, dann ist irgendwann mal natürlich ein Punkt erreicht, wo man dann sagt, nein, das geht nicht. Und da gab es auch durchaus Veränderungen. Und im Zuge dieser Veränderungen hat sich dann auch gezeigt, dass dann Dinge plötzlich doch gingen, von denen es immer vorher hieß, nee, das geht nicht. Und dadurch hat das Ganze natürlich auch eine neue Dynamik gewonnen. Ja, spannend, was Sie sagen, weil ich glaube, da steckt total viel drin, wo man sieht, A, es gibt immer auch die andere Seite. Es gibt die, die sagen, endlich geht es los, ich kann es kaum erwarten und endlich machen wir uns auf in Richtung Zukunft, die man vielleicht sogar auch perspektivisch verloren hätte, wenn eben man nicht beginnt, das Ganze zu initiieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, die das vielleicht nicht so gut finden in dem Zusammenhang und auch spannend dieser Aspekt mit diesen zwei Symbolen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, die macht da Symbole, eben bezogen auf die Krawatte, die eben fehlte, wo die Leute schon einfach nicht nur mit ihren Worten, sondern auch äußerlich gemerkt haben, oh, es ist irgendwas anderes. Mein abgespeichertes Bild eines VVs ist eben anders und diese Person bringt mich schon mal durcheinander, allein vom Äußeren, weil sie keine Krawatte trägt, auch etwas, und das muss man ja sagen, vor sechs Jahren war es eben noch nicht selbstverständlich, so wie es heute ist, heute erleben wir viele im Banking ohne Krawatte und gleichzeitig auch diese Party, diese Feier auf der Dachterrasse, wo dann eben die auch signalisiert, nicht nur wir feiern gemeinsam, sondern dieser, wie soll ich sagen, geschützte Bereich ist eben auch offen und auch damit noch eine andere Form der Kultur, die man rein durch so eine Feier prägt, wo die Menschen merken, irgendwas ist anders. Vielleicht durfte ich vorher den Bereich noch nie betreten, habe ich vielleicht noch gar nicht gesehen, obwohl ich schon lange da bin, aber jetzt ist da eine Party, also das stelle ich mir super vor. Absolut, also viele Führungskräfte waren noch nie dort, also ich habe das gesehen bei den ersten Gesprächen mit meinen Bereichsleitern, dass sie sich immer so ein bisschen im Büro umgeschaut haben, weil ich dachte, Mensch, ja, kennen sie das gar nicht? Nee, also das war wirklich wenigen vorbehalten, dort hoch zu dürfen, was ich gar nicht so einordnen kann, weil ich kenne das halt so nicht, aber das war halt Stil des Hauses und gut, das mag jetzt gut oder schlecht sein, also jeder Stil hat sicherlich auch seine Zeit und man holt jemanden unterschiedlich ab, aber man hat schon gemerkt, dass das halt ein Bedürfnis war bei vielen. Und was mich aber auch irritiert hat in dem Moment oder verwundert hat, Thema Krawatte, als ich sie dann abgenommen habe, dass viele Führungskräfte, von denen man ja durchaus erwarten sollte oder ich zumindest erwarte, dass eine gewisse Eigenständigkeit im Tun da ist in dieser Funktion, dass die plötzlich hilflos waren. Also nach dem Motto, der VV hat keine Krawatte getragen gestern, was mache ich denn jetzt? Trage ich sie jetzt weiter? Darf ich sie auch ablegen oder gilt das jetzt nur für den Vorstand oder muss ich erstmal eine Erlaubnis haben? Und erst dann, als wir ein Styleguide formuliert haben, auch bebildert haben, wo es dann auch ein bisschen plastisch dargestellt wurde, was darf ich, was darf ich nicht oder was ist gewünscht und was ist nicht gewünscht, hat man gemerkt, also das war wirklich so ein luftleerer Raum. Also mir fehlt die Arbeitsanweisung sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich arbeiten soll. Und das hat mir dann auch so ein bisschen wieder die Augen geöffnet, welche Kultur da geherrscht hat. Ja, das ist im Prinzip, sagen wir mal so ein Stück weit Highlander-Prinzip. Es gibt einen Vorstand, der entscheidet und selbst die erste Führungsebene nach dem Vorstand, die ist eher ausführendes Organ. Und meine Vorstellung war halt immer eine andere, dass da Eigenzative ist, dass ich quasi, dass sie immer bei mir an der Tür stehen und sagen, Mensch, das und das geht jetzt technisch schon, wollen wir nicht das und das schon machen? Also prozessuale Veränderungen, wie auch immer. Und das war eher andersrum, dass man anschieben muss und sagt, Mensch, wieso machen wir das nicht so? Ja, nee, geht nicht. Ja, doch, geht. Aber ja, aber viel Arbeit. Kostet Geld. Und es war also immer so ein Problemdenken. Also nicht in Lösungen, sondern erst mal ein Problem. So zwei Stunden erst mal darüber reden, warum es nicht geht und dann habe ich keine Zeit mehr darüber nachzudenken, wie es gehen könnte. Das war so die Mentalität. Und das hat sich jetzt gedreht. Einigermaßen, sage ich jetzt mal, so ein kultureller Prozess, das geht natürlich nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren und wir sind auch noch lange nicht am Ende. Selbst nach fünf oder jetzt fast sechs Jahren haben wir da noch viel noch vor uns. Aber es zeigt doch halt, dass in diesen Jahren sehr, sehr viel passiert ist. Also nicht nur prozessual, dass wir uns stark digitalisiert haben, was vorher auch von vielen kritisiert wurde. Spätestens seit Corona wurde ich dann gelobt, dass es eine elektronische Kreditakte und elektronische Prozesse gibt. Wo es vorher hieß, ja, es geht gar nicht. Also ich kann ohne Akte nicht arbeiten und es ist viel umständlicher. Natürlich ist es erstmal eine Umgewöhnung, gar keine Frage. Am Anfang ist es vielleicht eine Belastung individuell und es kostet auch erstmal Geld, aber langfristig gesehen, darum geht es ja letztlich, langfristig gesehen ist es sinnvoll und auch effizienter. Und das hat man jetzt natürlich in dem Kontext sehr, sehr gut gesehen. Und da haben dann gleich viele natürlich dann auch eingesehen, Mensch, das ist doch eine tolle Geschichte. Ich kann jetzt von zu Hause arbeiten. Ich kann von, was weiß ich, aus einem Ferienort noch mich einlocken, wenn es irgendwie sein sollte, ein Kollege krank wird und ich da noch aushelfen muss. Das geht alles und zwar nicht nur abgespeckt, sondern im Prinzip eins zu eins, also würde ich im Büro sitzen. Und das hat da sicherlich vielen auch nochmal die Augen geöffnet, dass diese Entwicklungen gut sind, auch wenn sie vielleicht erstmal Geld kosten und natürlich das Betriebsergebnis erstmal belasten. Aber auch das sehen wir jetzt so nach und nach, dass jetzt so langsam wir da auch nach oben kommen, und dass die Investitionen jetzt, ich sag mal, Früchte tragen, erste Früchte tragen. Und was mich besonders stolz macht, wir werden von außen angesprochen, von Kunden, nach dem Motto, Mensch, ihr habt euch um 180 Grad gedreht, ihr seid nicht wieder zu erkennen. Früher wollte man gar nicht zu euch gehen, man hat gar nicht angefragt, ob ihr auch dabei seid, irgendeine Finanzierung zu begleiten. Und jetzt werden wir als Partner wahrgenommen, als Partner, den man gerne mit dazu nimmt und fragt, vielleicht auch als Ersten fragt und mit dem man gerne ins Geschäft kommt. Und diese Wahrnehmung hat sich komplett einmal gedreht, sozusagen, und das macht mich ganz besonders stolz. Ja, zu Recht. Und das ist ja auch schön, dass auf der einen Seite die Kunden das auch immer merken, weil darum geht es ja am Ende des Tages, dass man als Finanzpartner in der Region relevant bleibt und eben die Anforderungen und Wünsche, die die Kundinnen und Kunden haben, eben wahrnimmt und dann auch umsetzt. Und ich glaube, das ist das Spannende, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass Sie ja immer beide Seiten bearbeitet haben. Auf der einen Seite gesagt haben, ich stelle mir eine andere Form der Kultur vor, der Führungskräfte, dass die eben total heiß an ihrer Tür stehen und sagen, Mensch, hier, es gehen noch ein paar neue Dinge in OS Plus, wann machen wir die endlich? Oder habe ich das Go, um sie umzusetzen? Aber eben auf der anderen Seite eben auch zu sagen, es braucht strukturelle Veränderungen. Sie haben ein leistungsfähiges KSC, Sie haben ein DBC, auch das sind ja alles Dinge, um nur zwei zu nennen, die es eben vorher überhaupt nicht gab und die ja auch nochmal die Art, wie Sie Kundengeschäft managen und auch denken, verändert hat. Wollen Sie uns da vielleicht noch ein bisschen reinholen, was Sie getan haben? Absolut, ja. Im Prinzip wurde der gesamte, oder habe ich den gesamten Aufbau verändert. Das heißt, wir haben ein Vertriebsmanagement, damit ging es ja schon mal los. Es gab zwar ein Vertriebsmanagement oder Funktionalitäten, die sich so genannt haben, die aber in unterschiedlichen Organisationseinheiten aufgeteilt waren. Es gab keine Gesamtverantwortung für das Vertriebsmanagement oder was sich darum rankt. Das haben wir neu aufgebaut. Das Thema Gesamtbanksteuerung haben wir neu installiert. Es gab vorher ein Rechnungswesen, ja, aber es gab jetzt nicht wirklich eine Gesamtbanksteuerung, die sich mit den relevanten Themen jetzt auch perspektivisch und als strategischer Sparringspartner für den Vorstand auseinandersetzen. Und natürlich im Vertrieb. Also wir haben die Vertriebseinheiten komplett neu aufgebaut. Wir haben Filialnetze, oder das Filialnetz gestrafft. Wir haben von 30 Filialen auf 17 bemannte Stellen uns reduziert. Wir haben anfänglich fünf Beratungscenter aufgebaut, nach dem sogenannten, wir haben es Heimatkonzept genannt, also ausgehend von dem Haspa-Filialkonzept, aber auf unsere Region angepasst. Einfach eine Begegnungsstätte zu schaffen, wo nicht nur, ich sage jetzt mal, Beratung und Service stattfindet, sondern auch wirklich Wohlfüllambiente auf der einen Seite, was die Beratungsräume anbetrifft, aber auch eine Begegnung durch die Flächen, die dann auch, ich sage mal, extern zur Verfügung stehen. Das ist gelungen, wenn ich das kurz einwerfen darf. Das ist immer wieder schön. Das freut mich zu hören, aber das Feedback war durchgängig, also ich habe nichts Negatives gehört. Im Gegenteil. Also das hat sich, glaube ich, schon mal gelohnt, damit eine ganz andere Flächenpräsenz auch, in der Qualität, aber auch in der Wahrnehmung, in der Modernität. Und wir haben die Vertriebsbereiche dann auch neu strukturiert, was die Führung anbetrifft. Also es gibt jetzt eine Führungskraft für das Privatkundengeschäft, für das Gewerbekunden- und Immobiliengeschäft und für das Firmenkundengeschäft. Das heißt, auch da eine stärkere Fokussierung auf die jeweiligen Segmente. Wir haben Immobiliencenter eingerichtet und wir haben, wie Sie schon gerade gesagt haben, wir haben einen KSC und auch einen DBC installiert, sodass wir jetzt in der Lage sind, jeden Kunden letztlich dort abzuholen, wo er gerade ist. Übers KSC können wir 365 Tage im Jahr, 24 Stunden lang letztlich fast alle, ich sage jetzt mal 95 Prozent der Geschäftsvorfälle telefonisch abwickeln. Ansonsten haben wir das DBC, wo wir dann entsprechend Medialberatung vornehmen können und wo wir auch gemerkt haben, dass viele Kunden da ganz heiß drauf waren und sagt, Mensch, super, endlich jetzt. Ich bin nicht immer in Traunstein. Ich kann vor allen Dingen nicht zu den entsprechenden Öffnungszeiten dort sein. Für mich ist es super, wenn ich jetzt aus überall in der Welt quasi auch eine gute Beratung, auch visuell bekommen kann oder mit Unterstützung, Screensharing etc. dort an meinem Rechner. Und das hat sozusagen das gesamte Leistungsangebot abgerundet, obwohl wir weniger, ich sage mal, Flächenpräsenz jetzt persönlich haben, durch die etwas geringere Anzahl der Geschäftsstellen und Beratungscenter, haben wir doch die Qualität deutlich erhöht und letztlich auch die Reichweite verkürzt durch die telefonische beziehungsweise auch digitale Erreichbarkeit für viele, sodass das dann auch gar kein Thema war. Das heißt, da sind wir deutlich fokussierter, deutlich schlagkräftiger geworden, auch in der Führung sehr viel stärker fokussiert. Wir haben umgestellt auf eine potenzialorientierte Steuerung, also haben nicht wie früher geschaut, was haben wir letztes Jahr gemacht, jetzt legen wir vielleicht einen Schnaps drauf, sondern haben einfach mal geschaut über Affinitäten und entsprechende statistische Daten, was geht eigentlich hier oder was könnte gehen hier im Landkreis und das war dann die Grundlage der Planung. Natürlich muss man sich dann, weil man erschreckt und sagt, was geht eigentlich, also das Potenzial natürlich deutlich höher in vielen Bereichen als das, was in der Vergangenheit ausgenutzt wurde, führt natürlich dazu, dass man dann sukzessive sich dem annähern muss. Also es geht nicht von jetzt auf gleich und wir sind auch noch jetzt nicht am Endpunkt angelangt, aber es ist so, dass wir jetzt natürlich die Ziele entsprechend sukzessive anpassen. Das war auch nicht immer, ich sag mal jetzt für die Marktkollegen, es ist natürlich schon ein Stück weit Paradigmenwechsel gewesen oder es ist immer noch, dass wir anders vorgehen und auch entsprechend anders planen und natürlich die Ziele sich dann dadurch, aus deren Sicht natürlich jedes Jahr, ich sag mal, erhöhen in einer Art und Weise, wie es die guten Vertriebler gar nicht stört, aber viele andere natürlich sagen, Mensch, das bringt mich jetzt an die Grenze. Also da haben wir schon auch natürlich Gespräche auszuhalten, dass wir sagen, und Motivation vorzunehmen, aber auch Führung, dass wir signalisieren, es geht und das merkt man immer dann, wenn man mal externe Mitarbeiter bekommt, die dann sagen, Mensch, das, was ihr auf der Zielkarte habt, das ist ja lächerlich, für unsere Leute ist es natürlich häufig noch sehr herausfordernd, also vor dem Hintergrund sind wir da immer noch in einem Prozess, aber der ist sehr erfolgreich, das merkt man auch an den Vertriebszahlen, also das ging die letzten Jahre sukzessive hoch, hat das Thema Verbundgeschäft war immer so ein bisschen stiefkindhaft betrachtet worden, da haben wir deutlich Gas gegeben in den letzten Jahren und das hat aber auch gedauert, bis das in den Köpfen angelangt ist, dass das ein wichtiges Geschäftsfeld ist, das wir nicht verlaglässigen dürfen, aber auch das war ein Stück weit ein Kulturwandel auch im Vertrieb, aber das waren so die wesentlichen Änderungen, die Führungskräftestruktur haben wir verändert, wir haben von über 20 Bereichsleitern jetzt auf elf reduziert, was immer noch viel ist für ein Haus unserer Größenordnung, aber das hat auch nochmal ein ganz anderes Commitment gebracht, weil dann natürlich auch die Leute dann jetzt beisammen sind, die diesen Weg mitgehen wollen und auch die haben wir an die Hand genommen und haben sie gecoacht und coachen sie immer noch, um einfach auf dieser Führungsaufgabe gerecht zu werden. Denn früher war es ja nicht nur in Traunstein, aber generell so, dass der beste Sachbearbeiter häufig ja die Führungskraft wurde, der beste Vertriebler wurde, entsprechend die Vertriebsführungskraft und da hat man sich im Prinzip ja eigentlich doppelt geschadet, man hat einen Vertriebler weniger, einen guten und eine schlechte Führungskraft dazu, gleiches im Stab und jetzt haben wir das halt ein bisschen anders gemacht, dass wir die Leute auch an die Hand genommen haben und gesagt haben, was verstehen wir unter Führung, was sind die Erwartungshaltungen, und da dann natürlich auch die Hilfestellung gegeben haben, das sowieso immer flakierend sein muss, also muss immer natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen, dann auch flankierend in die Lage versetzen, das zu tun und man muss dann aber auch auf der anderen Seite sagen, wenn jemand dabei ist, der vielleicht könnte, aber nicht will, dann muss man auch ganz offen darüber reden, dass dann vielleicht der Weg ein anderer sein muss, den man künftig dann nicht mehr vielleicht gemeinsam geht. Ja, ich meine, das ist genau das und das kennen wir uns schon relativ lange und ich durfte auch einen Teil dieses Weges mit begleiten und was mich immer fasziniert hat, war, dass ich von unserer ersten Begegnung an wahrgenommen habe, Sie haben ein ganz klares Zukunftsbild gehabt, von dem damals noch sehr, sehr neuen Haus für Sie, wo Sie sagen, das ist für mich, was Sparkasse auszeichnet und so ist Sparkasse, wenn ich die jetzt in einer digitalen, veränderten Welt denke und gleichzeitig eben auch den Mut, natürlich, Sie haben es gerade gesagt, auch manche Menschen hat man auf diesem Weg verloren, die eben ein anderes Bild hatten oder haben von Führung oder ein anderes Verständnis, aber auf der anderen Seite dann auch eben genau dieser Mix aus strukturellen Maßnahmen, wie wir gerade gehört haben, über die Vertriebsthemen und letztendlich Aufbauorganisationen, aber eben auch dieses Thema der Kultur gleichzeitig aktiv anzugehen, um diese innere Haltung, die Sie sich gewünscht haben, die Sie gerade zitiert haben, auch im Führungskreis zu haben und wenn ich an die Krawatte und an das Beispiel der Dachterrasse denke, dass Sie eben vorausgegangen sind und wenn ich, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mit Ihnen drauf gucken, so die Rolle als Vorstandsvorsitzender in so einem großen Veränderungsprozess, der organisatorische Veränderung, kulturelle Veränderung, was hat sich für Sie so die letzten sechs Jahre denn besonders verändert oder wo Sie sagen, das waren für Sie so Punkte, wo Sie gemerkt haben, Mensch, jetzt sind wir einen ganz großen Schritt weiter gekommen. Gut, verändert hat sich viel. Sicherlich war jetzt mal nach Corona jetzt nicht nur aufgrund der Einschränkungen, aber auch jetzt dadurch, dass wir jetzt so drei, vier Jahre des Weges gegangen sind und viele Sachen sich verändert haben, der eine oder andere Mitarbeiter oder immer mehr Mitarbeiter eigentlich auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, jawohl, das ist der richtige Weg. Das haben Sie vorher zwar zum Teil auch schon gewusst, aber noch nicht so richtig verinnerlicht gehabt, dass man dann einfach merkt, dass dann immer mehr Eigeninitiative kommt, dass immer mehr Mitarbeiter tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe, sagen, Mensch, ich denke mit, in Anführungsstrichen, ich treibe jetzt sozusagen schon mal von mir aus gewisse Dinge nach vorne und das spiegeln Sie dann zurück und sagen, Mensch, da habe ich mir das und das überlegt und können wir das nicht machen und man sagt, ja super, tolle Idee, bringen wir vorwärts. Das war so ein Erlebnis, wo ich sage, jetzt immer mehr, sagen wir, Befürworter dieser neuen, ich sage mal, Strategie, wenn man so will oder strategischen Ausrichtung, hat man immer weniger Grabenkämpfe, immer weniger, ich sage mal, gefühlte Pfeile im Rücken, wenn man irgendwo sich umdreht, die man am Anfang noch hatte und dass es vor allen Dingen vorwärts geht, dass eine gewisse Gewissendigkeit da ist. Am Anfang war es ja wirklich so, dass man zwei Dinge überzeugt oder überzeugend rüberbringen wollte und auch hat vielleicht, aber ich habe es schon dann erlebt, dass dann doch im Doing man versucht hat, naja, das ist jetzt so entschieden, aber ja, ich versuche es jetzt so zu verzögern, wie es irgendwie geht und bis er sich dann wieder umdreht, er hat ja tausend andere Themen, hat er es vielleicht vergessen oder ist dann vielleicht eine gewisse Zeit vergangen und dass man das nicht mehr so muss, dass man immer mehr Mitstreiter hatte, die sagen, nein, ich habe das selbst im Griff und ich treibe es voran und man wusste, es läuft. Nicht überall gleich gut, gar keine Frage, das war ja ein schleichender Prozess, aber da merkte man dann irgendwann mal, wo ich mich dann nochmal zurückgesetzt habe und gesagt habe, Mensch, das haben wir nicht eigentlich schon gemeinsam geschafft so in den letzten Jahren, also wo sind wir und als dann noch so die zarten ersten Ertragskeime sozusagen sichtbar wurden, die langsam sich entwickelt haben, dann hat man gemerkt, ja Mensch, also A, ist jetzt ökonomisch, so langsam kann man sehen, macht das eine oder andere sich bezahlt und B, man hat immer mehr Leute, die mitziehen und wo es einfach Spaß macht, ja, wo es Spaß macht, Dinge zu verändern, wenn man weiß, ja, da sind viele dabei, die sagen, super, genau da wollen wir hin und selbst ihren Input bringen und dass man nicht immer ziehen muss und wenn man sich, wie gesagt, umdreht, dann merkt man, ja, das wurde erstmal wieder in die Schublade gelegt, sondern dass da jetzt wirklich so ein Geist sich breit gemacht hat der Veränderung und dass sich viele Dinge dann, ja, von selbst sozusagen immer weiterführen und das war so der Punkt, wo ich sage, ja, super, das war richtig und die Rückmeldung, wie gesagt, kam ja auch von extern, aber auch von intern, dass es gesehen wurde und da war so nach vier Jahren, sage ich jetzt mal oder fast fünf, so der Moment der erste, wo ich sagte, ja, hat sich gelohnt, weil zwischendurch muss man offen gestehen, so manchmal weist man ja schon gedanklich in den Tisch und denkt, wieso funktioniert das nicht oder was, aber dann macht es jetzt so langsam Spaß, ja. Ja, das ist ja die Hauptherausforderung, gerade wenn man so ein klares Zukunftsbild hat, die Ungeduld, die einen dann auf diesem Weg ereilt, zu sagen, Mensch, könnten wir das nicht schneller machen, können wir nicht näher hinkommen und ich glaube, das war auch das, so habe ich sie auch während des Prozesses immer wahrgenommen, dass sie zum einen auch vorausgegangen sind immer und auch gesagt haben, wo alle gesagt haben, wir müssen eigentlich sparen, sagt er, nee, wir müssen jetzt investieren, weil wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen eben eine digitale Kreditakte, wir brauchen die Möglichkeit auch von zu Hause arbeiten zu können, da war Corona noch nie, da war es immer noch ein Bier für uns, wenn überhaupt und da ganz bewusst auch dann zu sagen, nee Leute, wir können uns nicht in die Zukunft sparen, sondern wir müssen jetzt investieren, um dann eben die Früchte auch davon zu ernten und ich meine, Corona konnte niemals von uns voraussehen, aber dann eben in der Situation zu sein, wo viele dann erstmal sich kümmern mussten, haben wir eigentlich genug iPads, Tokens und so weiter, war das Haus schon startklar, weil eben mobile zu arbeiten einfach dazugehörte. Ja, das ist richtig, aber wenn ich erstmal die Kreditakten oder sonstige Beschlüsse erstmal physisch irgendwie hin und her fahren muss, dann hat das alles wenig Sinn, da waren wir nicht mehr zum Glück und das hat das natürlich für viele dann transparent gemacht, nee, gar keine Frage, also das war, ja, das war schon, war schon dann eine gute Entwicklung, so gesehen, aber ich habe immer von vornherein gesagt, weil, wie gesagt, das ja auch Kultur war, ich hatte es eingangs gesagt, Sparen, ich habe immer gesagt, wir müssen beide Seiten sehen, also Aufwand und Ertrag und vor allem nicht den Ertrag, ich sage mal, in Jahresscheiben gedacht, also in G und V sozusagen Jahresabschluss dieses Jahr, sondern wirklich perspektivisch und ich habe immer gesagt, ich möchte dort investieren, auch wirklich Geld in die Hand nehmen, wo es in der Zukunft aussichtsreich erscheint, wo wir irgendwann Return haben, sei es ökonomisch, aber auch in der Wahrnehmung, wie auch immer, Wahrnehmung auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, potenziellen, sieht man ja jetzt, dass es immer wichtiger wird, dass man einfach als Arbeitgeber anders wahrgenommen wird, als modern wahrgenommen wird, sonst bekommt man keine, ich sage mal, leistungsfähigen Mitarbeiter mehr in der Zukunft, so und da wird gespart, wo es halt nichts bringt, also da, wo es Schischi ist oder, ich sage mal, Schmuck am Nachthemd, sage ich ab und zu mal, wo es letztlich nichts bringt, da muss man in der Tat auch heute noch sparen, aber ich muss in die Zukunft investieren und das war halt Technik, das waren Strukturen, das waren aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also auch Schulungen von Führungskräften, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den täglichen Dingen, also in den technischen Herausforderungen natürlich, aber auch im Verkauf zum Beispiel, Vertriebsschulung etc., dass man sie einfach fit macht für die Aufgaben der Zukunft und auch das Thema, das haben wir auch, das habe ich vorhin noch vergessen, wir haben das Thema Personal komplett verändert, also wir haben eine Aus- und Fortbildung neu aufgebaut, eine Personalentwicklung neu installiert oder mit anderen Inhalten auch versehen, also weg von der klassischen, ich sage mal, Personalverwaltung, die es vorher, ich sage mal, primär war, natürlich gab es auch schon eine Personalentwicklung, aber hin zum neuen Schwerpunkt wirklich Personalentwicklung, Recruiting, neue Ausbildungsmodelle, wir haben zum Beispiel relativ schnell, haben wir ein duales Studium eingeführt, was es vorher gar nicht gab und das ist heute, ich sage mal, Bestandteil unserer Ausbildung, dass jemand eine Ausbildung machen kann und danach gleich studieren kann und auch ohne Abitur, das heißt, ganz andere, ich sage mal, Möglichkeiten bietet und damit natürlich auch ganz andere, ich sage mal, Potenzialträger anzieht, die sich dafür begeistern, also nicht nur eine Ausbildung zu machen und dann zu sagen, ja, dann gehe ich mal irgendwie an die Uni, mal schauen, sondern einfach sagen, ich kann das auch machen und auch als Nicht-Abiturian kann ich das machen, ich werde entsprechend gefördert und wir bieten natürlich auch entsprechende Möglichkeiten dann im Haus, sich da weiterzuentwickeln nach dem Studium oder auch schon parallel, um das einfach deutlich attraktiver zu machen und wir sind einfach ein cooler Arbeitgeber, sage ich immer, weil ich das auch wirklich so sehe mittlerweile, weil wir halt auch locker sind im Ton, also im Umgang, natürlich haben wir ein Ziel vor Augen, ist klar formuliert und es wird auch mal deutlich gesprochen, aber immer fair und offen, aber auch, ich sage mal, der Spaß darf nicht zu kurz kommen, also Stichwort Dachterrassenparty, sowas machen wir halt jetzt auch mal, dass wir sagen, muss ja gar keine große Sache sein, aber das hat einen Rieseneffekt, dass man sich auch mal anders begegnet, auch mal, ich sage jetzt mal, beim Glas Wasser oder beim Bier mal miteinander spricht und auch jeder die Möglichkeit hat, dann an den Vorstand mal direkt ranzukommen, was grundsätzlich gilt, also meine Tür ist offen, wenn ich da bin und Zeit habe, dann kann jeder kommen und mich anrufen, da gibt es natürlich noch eine Hemmschwelle, leider, also ich würde mir schon wünschen, dass es vielleicht von mehr Leuten auch in Anspruch genommen wird, aber die Möglichkeit besteht, also dass man anfassbar ist und dass man mitbestimmen kann, dass wir moderne Arbeitsbedingungen haben, dass wir moderne Filialen haben, dass wir aber auch jeder hat die technische Ausstattung, die er braucht, der wird nicht drum herum gemacht, wenn jemand ein iPad braucht, dann kriegt er das halt, wenn es sinnvoll nutzbar ist, als Beispiel jetzt oder andere technische Ausstattung, jeder hat einen höhenverstellbaren Tisch mittlerweile, es gibt keine Neuanschaffung mehr, ohne dass sie höhenverstellbar sind, das heißt sukzessive kriegt da jeder seine entsprechende Ausstattung und das sind natürlich auch noch so Faktoren, die eine Rolle spielen von übertariflichen Leistungen, jetzt bei Jubiläen etc. mal abgesehen, aber das zeigt ja auch, ist ja auch ein Stück weit Kultur, da zu sagen, ich bin großzügig, ja, aber auf der anderen Seite wird natürlich auch was verlangt, das ist auch gar keine Frage. Ja und vor allen Dingen merkt man, und das merkt man auch an Ihren Worten, dass es eben nicht nur darum geht, modern wahrgenommen zu werden, sondern modern zu sein, dass ich dann eben auch, wenn ich es irgendwie gut finde und Teil dann der Kreisparkasse Traumschau und Trostöck bin, dass ich eben auch da merke, ja, die erzählen das nicht nur auf irgendwelchen Fachmessen oder Azubi-Messen oder Karriere-Messen etc. oder auf Ihrem Internetauftritt in der Stellenanzeige, sondern ich nehme es auch wirklich wahr, dass ich dann eben auch an einem modernen Arbeitsplatz angekommen bin, weil die Kultur auch so ist und weil ich dann eben auch die Möglichkeit habe, mal dem VfV einfach direkt zu sagen, was ich vielleicht für eine Idee habe aus einer anderen Branche, die ich vielleicht kenne oder von einem anderen Institut, was auch immer, um dann auch wirklich zu merken, ja, die meinen es wirklich ernst. Ich glaube, das ist das, was auch mich letzten Endes antreibt, dass es Veränderungen ist, kein Selbstzweck, das haben auch Sie gesagt, dass es eben immer darum geht, wir wollten da investieren, wo wir auch dann zukünftig ökonomische Erträge sehen, letzten Endes, aber gleichzeitig eben auch es wirklich ernst meinen und auch dann eben in Strukturen, Abläufe und die innere Haltung zu überführen und ich glaube, das zeigen Ihre Worte sehr, sehr deutlich für mich. Das freut mich. Was würden Sie denn sagen, vielleicht noch so zum Abschluss, jetzt gibt es ja ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, die an unterschiedlichen Stellen stehen. Wir haben Menschen, die vielleicht auch gerade eine neue Vorstandsposition übernommen haben. Wir haben Menschen, die Vorstand werden wollen und gerade auf dem Weg sind. Wir haben Menschen, die in einem Team sind. Wenn wir aus der Vorstandsperspektive ausgehen, was würden Sie denn sagen, so Retroperspektiv, wie wäre denn so ein erster Schritt, was sich für Sie so bewährt hat, zu sagen, wenn ich irgendwie merke, Ich habe ein Zukunftsbild, ich möchte es in die Umsetzung bringen. Was würden Sie den Menschen raten an Ihrer Stelle? Also erstmal natürlich viele Gespräche führen, erstmal herausfinden, wie tickt das Haus, wie ticken die Führungskräfte, wie ticken die maßgeblichen, die man braucht, um so einen Veränderungsprozess natürlich erfolgreich umzusetzen zu können. Das ist immer ganz wichtig und dann für sich eine Strategie zu entwickeln, wie komme ich da hin oder welche notwendigen Stellschrauben muss ich denn drehen. Das ist, glaube ich, mal ganz, ganz wichtig und dann versuchen natürlich alle irgendwo zu überzeugen, mitzunehmen. Das wird nicht immer funktionieren. Hier und da muss man sicherlich auch mal sagen, so, das machen wir erstmal so, weil das ist richtig und das folgt dieser Strategie. Aber dem Grunde nach natürlich versuchen Sie mitzunehmen und auch nicht zu überfordern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich auch entsprechende Ansprüche haben, weil sonst wird es nie funktionieren, wenn man dann nur darauf wartet, bis sozusagen der Letzte dann auch entsprechend soweit ist. Aber ich denke erstmal so, die Stellschrauben erstmal, wie gesagt, wer ist so der Maßgebliche oder die Maßgebliche im Haus? Wer beeinflusst Stimmung, die sich erstmal so ein bisschen zu nehmen und zu sagen, okay, wie kann ich die versuchen zu überzeugen, auf den Weg mitzunehmen oder aber auch dann mit anderen vielleicht diesen Weg weiterzugehen und dann natürlich auch zu schauen, bei Kollegen sich gut zu vernetzen, sowohl nach außen, das ist auch mal ganz wichtig, gerade bei so einem Veränderungsprozess, da bedarf es natürlich auch des Commitments, der Entscheidungsträger auch außerhalb des Hauses, der Kundschaft, also auch da sich gut zu vernetzen, auch diese Mission sozusagen, die man dann hat, wenn man es so beschreiben will, dann auch kundzutun und damit man da schon mal so ein gewisses Standing sozusagen in der Breite hat und dann kann man da auch mal Kritik besser sozusagen aushalten, wenn wir vom Grundsatz her alle wissen, wo es hingehen soll und auch dann Commitment haben, dass es die richtige Richtung ist, die man da beschreitet. Super, vielen, vielen Dank, Herr Povelli, für dieses spannende Gespräch und diesen tiefen Einblick in Ihren letzten sechs Jahre und ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen natürlich und Ihren Mitarbeitenden ganz viel Freude und Erfolg auch bei den nächsten Schritten, weil die Phase ist ja nicht ruhiger geworden, sondern im Gegenteil, die Finanzindustrie ist ganz, ganz vielen Herausforderungen stets hier gegenüber und gleichzeitig ist es ja auch so, dass es eben mit den Voraussetzungen, die Sie geschaffen haben, da die besten Möglichkeiten gibt, auch die zu meistern. Von dem her, vielen, vielen Dank, dass Sie heute uns einen so schönen Einblick gegeben haben in Ihr Haus. Herzlichen Dank, die Zukunft bringt viele Chancen, also man muss solche Situationen immer als Chance verstehen und einfach kann jeder, deswegen freue ich mich auf die zukünftige Zeit, auch wenn sie vermeintlich vielleicht ein wenig rauer werden sollte. Super, schön, dass Sie da waren und dass wir jetzt noch ein Espresso trinken können. Auch etwas Neues für mich, die meisten Podcasts sind virtuell und von dem her, wir können jetzt noch ein Espresso trinken gemeinsam. Vielen Dank dafür. Wunderbar, herzlich gern. Tschüss. Tschau. Ja, ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Der Blick nach Traunstein-Troßberg fand ich war sehr spannend und das war auch schön, mal wieder einen Live-Podcast aufzunehmen, wo man sich gegenseitig so wirklich in den Augen schauen kann und in einem Raum sich befindet und von dem her hoffe ich, dass du viel mitnehmen konntest für dich und dein Institut und ich freue mich natürlich sehr, wenn du diese Folge für so wertvoll hältst, dass du sie jemandem empfehlen möchtest. Leite sie gerne weiter und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und somit alle zwei Wochen eine Push-Mitteilung bekommst, wenn eine neue Folge erscheint. Das ist immer jeden zweiten Montag der Fall und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder eine Bewertung bei Apple Podcast. Und nun wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Umsetzen. Du weißt, es ist immer nur ein Schritt und eine Entscheidung loszulegen den ersten Schritt zu machen und sich aufzumachen ins Neue und freue mich sehr, wenn du auch in zwei Wochen wieder hier die Woche mit mir gemeinsam startest. Hab eine gute Woche und viel Erfolg und Freude dabei. mit einem anderen ani bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.